ja hallo ich grüße euch alle herzlich willkommen bei Gackengut Natur ja wie ihr seht ist der Teich wieder leer weil hier kommt jetzt eine neue Folie drauf hier habe ich noch ein paar Steine wie ihr seht die blaue ist auch schwer hat schwer gelitten wie gesagt hier will ich neue Steine reinsetzen und die Mauern ein bisschen schöner wieder machen zum Beispiel Räuchern raus machen ja die Teichfolie ist schon da die erste Teichfolie kommt raus jetzt gehen wir jetzt mal zum Braten hier sieht man ein bisschen von schwer schöne Blüten hier sind Urten hier sieht man da zusammen Blüten sind schöne Blüten hier sind Urten jetzt gehen wir zu den Verdoffen jetzt gehen wir zu den Verdoffen hier sieht man auch schnell ankommen ein paar Folie hier ist einer am Blüten die Verdoffen ist Pflanze hier sieht man auch schnell ankommen hier sind das Salat hier haben wir Formate hier haben wir Formate wieder Salat hier haben wir Salat Pelle Pulsatis und Dunkle habe ich hier zwischen hier sieht man sich den Apfel da drin wenn sie dran sind auch wenn hier sind die gleiche Koste sind schmeckt es ein bisschen süschlich so das ist normales die Gemäldschwerden müssen auch nächstes nochmal hier ist der Komposter auch schon gut voll da hinten ist noch ein bisschen Platz hier ist auch noch eine Menge Platz ja hier ist auch noch eine Menge Platz ja wie gesagt die Mäldäden müssen jetzt auch nochmal hier sieht man nochmal den Garten ja wenn euch das Video gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter ich würde sagen bis zum nächsten Mal danke, ciao bis zum nächsten Mal